Adventskalender, die drei Ausrufezeichen. Tag 23. Die drei Ausrufezeichen hießen sich von der Drohung nicht abschrecken. Ich weiß, wer mir das geschickt hat, sagte Kim plötzlich. Frau Graf, nur sie hat meine Handynummer. Ich sollte sie ihr geben, falls das Schreibseminar mal ausfällt. Sofort rannten die Detektivinnen zum Büro von Frau Graf. Na also, da passte der Schlüssel. Mann, ist das ein Chaos hier, stöhnte Marie. Nur der Schreibtisch ist schön aufgeräumt. Franzi guckte in eine griechische Vase auf den Tisch. Leider nur Staub drin, sagte sie enttäuscht. Die Detektivinnen begannen fieberhaft nach Spuren zu suchen. Auf einmal hörten sie ein langgezogenes Miau. Penelope sprang vom Sessel, auf dem sie geschlafen hatte und spazierte zu Marie hinüber. Pass auf, rief Marie. Zu spät. Die Katze war bereits über eine rote Nagellackflasche gestolpert. Marie starrte auf die roten Flecken am Boden. Sie sahen genauso aus, wie die Flecken im Buch von Leon Gruber. Bevor Marie es ihren Freundinnen erzählen konnte, rief Franzi, komm sofort her. Was hat Franzi tolles entdeckt in der Schublade? Ja, das sollte jeder herausfinden. Und ich habe hier schon entdeckt, das sind eben die Blätter aus den Büchern. Leute, die hier, die Täterin, vielleicht oder vielleicht auch nicht, das sind wir morden. Ah, was im Tisch ist, da können wir schon heute schon mal reinschauen. Heute haben wir hier verschiedene Kassen am Start. Das sind so, sind Kassen einfach und damit könnt ihr einen Zaubertrick aufführen. Ok, wie das sieht, das sehen wir in ein anderes Video in ca. vielleicht halbes Jahr später. Und damit noch einen schönen Tag hier von meinem Kanal. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017